Musik Bulkypix Und damit moin moin und hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Und zwar spielen wir, wie ihr schon im Hintergrund seht, Pretentious Game Das ganze läuft gerade mit einem FPS, wenn ich dem Counter hier oben in der Ecke glauben schenken darf Und ich habe das ganze, ich hatte es eigentlich auf Deutsch umgestellt, aber gut Und hier oben kann ich den Ton aus- und wieder anmachen Es wirkt wie ein Handy Game, dementsprechend klicke ich einfach mal auf Play Kapitelauswahl, Kapitel 1, Kapitel 2, Kapitel 3 und hier gibt es scheinbar noch mehr Ich klicke einfach mal auf Kapitel 1 Und ja, es ist scheinbar wirklich ein Handy Game Wir können, ne ist kein Handy Game, also mit der Maus kann ich jetzt nichts machen Was ist das? Ah, damit kommen wir hier hin zurück, das wollte ich jetzt nicht Damit können wir den Level neu starten Okay Erklimme jeden Berg Ah, wir können springen Und wir müssen ganz in dem Warte, ich nutze alles, was nötig ist Ah, ja, okay, wir können Das ist unheimlich Es ist wie Thomas Was Alone Nur, dass wir eben halt ein Würfel sind, der immer den pinken Würfel Weiche Feuer aus Au, ja, da tun wir uns weh Es ist wie Thomas Was Alone, nur eben In Simpler habe ich so den Eindruck Was? Ich schreite angstlos voran Nein Nein Ah Ich finde einen Weg Aha, hier ist ein versteckter Nein Ein versteckter Geheimweg Nur sollt Nein Nur sollte ich vielleicht Oder schaffe mir meinen eigenen Weg Äh, was? Hier ist eine Maus abgebildet Ah, da können wir was wegklicken mit der Maus Ups, nein Ehrlich Auch wenn ich mich bis zu dir ziehen muss Was? Ehrlich Willst du mich verarschen? Ich kann das Ding hier rumziehen Ich vertraue dir Was? Kann ich den Nein, hier kann ich ihn nicht per Drag and Drop Was? Okay Ja, nee, ist klar Unsichtbare Böden Ich breche Regeln Okay, jetzt können wir plötzlich auf Feuer laufen Will mich das Spiel verarschen? Ich kann warten Liebe ist geduldig Da sterben wir? Okay, also sollen wir wohl scheinbar warten und nichts tun Warten wir einfach mal Vielleicht passiert irgendwas Ah, das Feuer ist weg Juhu Yey Geil Das Spiel ist schon merkwürdig Auch in schwersten Ketten Äh, was? Oh Ich kann nicht selber springen Ich kann nicht selber springen Das kann ja wohl nicht angehen Auch wenn die Welt zerbröckelt Was? Nein 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 Fuck Warten wir Nein Ha 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 Ich bin so klug Ich springe auch, wenn ich nichts sehe Hüpp Nein Ich werde alles geben Ähm Hüpp Uing Uing Ah Kurz nochmal abgeschlagen Und dann zack In Tod Ich versuche zu fliegen Hüpp Äh Ah, ja Double und Triple Jump Wee Wee Dududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Ja gut. Bis? Äh, was? Ich bin bereits zu spät. Ich habe bereits zu viel Platz in unserer kleinen Welt eingenommen, weil ich zu viele Gelegenheiten verpasst habe, meine Gefühle zu gestehen. Ende. Denkt mal drüber nach. Ich weiß nicht, was das Spiel einem sagen soll, aber Kapitel 1 haben wir damit durchgespielt. Dann spielen wir einfach mal Kapitel 2. Jetzt haben wir Herzen. Ich mache weiter, um dich zu vergessen. Ja. Okay, da versucht wohl jemand, seine Ex zu... Ich öffne eine neue Tür. Klick. Und ich hoffe, dass YouTube mich nicht flaggt wegen der Musik, die da gerade im Hintergrund läuft, weil ich versuche, mir neue Fähigkeiten anzueignen. Double Jump. Ding, ding, ding. Ding, 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 ding. Ja, Double Jump. Wir haben Double Jump. Und ich sehe auch gerade, der Counter von den FPS ist hier wieder drin. Das heißt, Dinge zu tun, die ich noch nie zuvor getan habe. Ah, jetzt können wir klettern. Hey. Yay. Und wir haben immer noch Double Jump. Segeln wäre bereits eine tolle Sache. Okay. Ich kann ihn gedrückt halten und dann segeln wir. Ui, ui. Wenn ich ihn loslasse? Äh, 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 äh. Ich bin nicht so dumm, mich selbst zu verletzen. Ja, klar. Ich habe da oben nur zwei Herzen. Das heißt... Ah, wir können ja noch segeln. Ha, ha, ha. Yay. Ich weiß, dass Wunden mit der Zeit heilen. Was? Au. Das war jetzt nicht so doof. Ah, wir kriegen wieder ein Herzchen dazu. Hüpp. Ja. Ich kann mich mit anderen treffen. Na, Schnecke? Na, du? Nein. Ah. Au. Ah, Mist. So, komm her, Schnecke. Oh, ja. Die habe ich schon... Oh, ja. Lass uns mal einen Dreier schieben. Oh, ja. Du auch. Und du. Oh, oh, oh. Doch, ich muss noch immer an dich denken. Ja, da oben steht sie. Ja, stürzt sich ins... Was? Na toll. Jetzt müssen wir mit ihr auch spielen. Was ist... Vor allem in der Nacht. Bitte was? Was macht die denn da? Alter, vögelt die da irgendeinen anderen Wichser? Oder... Ich meine natürlich irgendeinen anderen Würfel. Ich muss dich aus meinem Blickfeld schieben. Okay. Ähm. Schieben? Äh. Hallo? Schieben? Wie jetzt? Äh. 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 Wie jetzt aus meinem Blickfeld? Ich kann den auch nicht mit der Maus hier irgendwie verschieben oder so. Die ist ja ständig am Poppen. Dann versuchen wir es mal in die andere Richtung. Nö, da sterben wir. Hä? Wie? Wie komme ich denn hier weiter? Hm. Hier geht es auch nirgendwo durch. Ja, und die treibt es da oben die ganze Zeit, die Bitch. Hm. Merkwürdig. Nö, da sterben wir, wenn wir hier rausgehen. Hä? Hä? Ich komme nicht weiter. Das Spiel ist relativ simpel. Aber hier irgendwie... Ich komme nicht am roten Balken weiter. Mäh. Neustart. So, vor allem in der Nacht. Ich muss dich aus meinem Blickfeld schieben. Geht nicht. Da ist eine rote Wand, aber hier ist nirgendwo ein Knopf, wo ich draufdrücken könnte. Ah, ich kann sie anklicken. Weg mit dir, Bitch. Hey. Juhu. Juhu. Ich kann dir die alte wegschieben. Vielleicht sollte ich meinen Kopf oft gegen die Wand schlagen. Yay. Am besten die da oben. Pam. 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 Juhu. Zerborsten. Ich muss mein Ego zerstören. Wett. Okay, also den kleinen hier. Und dann wahrscheinlich den großen draufwerfen. Das hier ist mein Ego. Und das hier ist, keine Ahnung, ein großer grüner Würfel. Das hat nicht geklappt. Das versuchen wir nochmal. Den, das Ego müssen wir ein bisschen weiter hier hinschieben. So, hier, da, da. Da passt das Ego doch viel besser hin. So, weil ich wette, dann geht das blaue Ding da kaputt. Also, hüpp. Pam. So. Ha, 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 ha. Mein Ego ist kaputt. Yay. Ich bin egolos. Ich muss alle Spuren von dir verwischen. Ähm. Ähm. Okay, die können wir anklicken. Nee, nee. Da ist auch noch einer. Okay, das waren alle. Was ich brauche ist vollkommene Stille. Ja, ich soll hier mal eben auf Mute klicken. So. So. Vielleicht komme ich mit Musik weiter. Nein. Ach, wir können ja klettern. Haha. Jump, jump. Uh, guck mal hier. Uh, ich bin hinter den Buttons. Nee, fang mich doch. Ich kann mich wieder hinkriegen, das weiß ich. Ähm. Ah. Uff. Hossa. Ich hatte schon Angst, dass ich jetzt draufgehe. Bis zu jenem Tag, an dem ich diese eine Person traf. Da. Hellpinkie. Uh, cool. Wir bewegen uns aufeinander zu. Yay. Yay. Nein, doch nicht. Yay. Ja, oh. Was habe ich denn da gerade gemacht? Wir trafen uns erneut. Ja, ich muss nur eben kurz diesen Hebel hier betätigen. Nee, Moment. Komm mal runter hier, Alte. So. Ja, oh. Wir hatten die gleichen Interessen. Ja, Bergsteigen. Juhu. Yay, Knutsch. Beide lieben wir es zu springen. Hui. In den Abgrund. Ähm. Nein. Nein. Komm schon. Ah. Mua. Doch das Leben hat einen kranken Sinn für Humor. Äh, bitte was? Es hat dich eingesperrt. Ich muss dich befreien. Komm, hier. Was? What the... Okay. Äh, was? Was ist denn das denn jetzt gerade? Es hat uns überfahren. Und ich komme da tatsächlich nicht raus. Ich hörte eine Stimme sagen, folge dem Licht. Oh nein, wir blenden aus. Nein. Wir sterben. Wir verschwinden. Ich weiß. Ich habe dich mehr verletzt, als ich zuvor verletzt wurde. Doch du musst weitermachen. Ende. Da. Da liegen wir unter dem Grab. Spielen wir jetzt sie? Ich werde auf deinem Grab tanzen. Nein, Quatsch. Okay. Das war Kapitel 2. Und wie ich an der Zeit sehe, sind wir tatsächlich schon am Ende der ersten Folge angelangt. Und, ähm, ich weiß nicht, mir gefällt das Spiel. Das Spiel ist lustig. Auch wenn es jetzt eben doch nicht so lustig war, weil es im Endeffekt, wir wurden vom Auto überfahren und sind begraben worden. Äh, aber ich möchte wissen, wie es weitergeht. Denn, weiß nicht, vielleicht stehen wir wieder auf oder, keine Ahnung, das pinke Würfelchen, ähm, erweckt uns wieder zum Leben. Ähm, wer weiß, äh, wir sehen uns dann morgen in der nächsten und zweiten Folge. Ich sage Tschüss, bis morgen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.